Delta ist King! Das habt ihr mich schon öfters sagen gehört. In Atters gibt es eine ganz tolle Chartart, und zwar einen Delta-Chart. Ihr seht es hier unten in der Timeline. Um die 500 ist eingestellt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen, also immer ein bisschen mehr, weniger nicht. Dann kommt eine neue Candle, warum mal ein bisschen mehr, das hängt immer damit ab, damit zusammen, was der letzte Tick ist, der quasi reinkommt, was damit gehandelt wird. Das können mal ein paar mehr Kontrakte sein, bevor die Kerze stießt, weil das halt eine Order ist. Das heißt, hier wissen wir zum Beispiel, hier kamen Ticken-Kontrakte mehr rein bei der letzten Order, die zu über 500 dann das Delta verändert haben. Hier hätten wir glatt. Hier hätten wir zwei mehr, ist komplett egal. Es geht darum, alle 500 positiv oder negativ Delta erhalten wir eine neue Kerze. Und das ist ein extrem powerfules Tool im Trading. Besonders, was wir benutzen können, halt in Athas. Das ist eine Besonderheit von Athas, das ist was sehr, sehr Geiles. Das habe ich früher immer bei Jigsaw Trading mit benutzt. Dort gab es auch die Möglichkeit, sich vergleichbaren Charts einstellen zu lassen. Jigsaw Trading ist eine Orderbook-Plattform, benutze ich auch sehr gerne. Und das gibt es auch in Athas, und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Wie können wir einen Delta-Chart benutzen? Das heißt, es gibt immer eine neue Kerze, wenn wir ein negatives Delta von mindestens 500 oder mehr haben. Und zwar das Kerzen-Delta ist nicht gemeint, nicht die einzelnen Level. Ihr seht, wir können ganz kleine Kerzen haben, wir können aber auch ganz große Kerzen haben. Warum hört der Markt hier aufdrehen? Wie kann man das Ganze mit einem Delta-Chart erkennen? Wie kann man Delta-Chart-Alerts benutzen? Das ist gut aufpassen, das ist ein extrem hilfreiches Tool. Was fällt euch denn vielleicht auf? Ich zeige euch einmal kurz das. Denkt mal kurz nach und jetzt zeige ich euch das. Was fällt euch auf? Wenn wir kleine Kerzen haben, die stießen, wo wir dann auch ein starkes Delta haben. Wir haben dementsprechend auch nicht so viel Volumen meistens. Das passiert sehr, 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 sehr schnell. Und der Markt danach exhausted an den Tops oder halt an den Tiefs. Dann ist das ein ganz starkes Umkehrsignal. Schaut mal, was passiert hier? Drei schnelle Kerzen hintereinander, wir brechen das Tief nicht, der Markt dreht. Was passiert hier oben? Eine kleine Kerze konzentriertes Delta, der Markt dreht. Das ist die Power auf Delta. Warum ist das so? Wie kann man das Ganze für sich nutzen? Also, das heißt, wir brauchen einen Alert, der uns in der Lage ist, bei diesen Bars immer zu sagen, Bum, neuer Bar, wenn Zeit unter Zeit X. Bedeutet, wir wollen Alerts haben, wenn wir einen neuen 500h Delta Bar haben, der viel kürzer ist als der Durchschnitt. Das ist unser Alert und das ist unser Key. Wir können natürlich auch sagen, alles was unter Minute X ist, sagen wir unter 2 Minuten, 3, 4, 5 Minuten, je nachdem zu welcher Tageszeit man das Ganze handelt, geht das auch. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie dynamisch der Markt ist. Man kann auch sagen, unter 10 Sekunden kommt man, wenn es bei Eröffnung ist. Das heißt, das ist dann ein bisschen anpassungsbedürftig. Besser wäre natürlich, man schaut, die durchschnittliche Duration und dann, wann eine Kerze kommt, dass das Ganze aufhört. Man kann das Ganze auf dem Volumenfilter machen oder man macht das Ganze halt selber händisch. Das heißt, man braucht immer nur ab und zu mal einen Blick drauf werfen, wenn wir sehr kleine Kerzen haben, die sehr schnell geschlossen sind, die unsere 500er Delta Bar sind. Und wir dann sehen, dass die Gegenseite reinkommt. Wir sehen es ja hier direkt, die Kerzen sind sehr negativ, wir haben kaum Käufer. Die Käufer ballern rein, boom, kommt direkt die Bewegung. Was haben wir hier? Wir haben eine schöne Aufwärtsbewegung, wir haben Kaufdruck. Und was passiert hier? Die Käufer verschwinden und der Markt wird dynamisch. Das heißt, hier haben wir jetzt, das hier, das ist der klassische High Volume Delta Change und das hier oben, das ist der klassische High Volume Change to Momentum. Das heißt, der Markt wird aufgehalten, wird absorbiert oder die Käufer verschwinden einfach und wir drehen mit Momentum. Das ist die Power of Delta Charts. Entschuldigung. Wir sehen es auch hier unten wunderbar. Wir schließen, ticken now auf den BWAP. Wir sehen auf der Gegenseite, es kommen gute Käufer rein. Dann schaut mal, was wir hier sogar für eine Divergenz haben. Wir haben eine negative Kerze, 500er Delta und dann trotzdem angestiegen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Markt sich schwer tut, dass wir zwar von Pushing haben, dass der Markt sich aber schwer tut. Und wir sehen es am nächsten Nobis sofort wieder Schluss, es kommt die nächste Korrektur. Das heißt, wir sind in der Lage mit diesen Delta Charts unglaublich viele Abpraller zu traden und umkehren zu traden. Das heißt, für die Leute von euch, die gerne Reversals bevorzugen oder auch Abpraller von Leveln, ist ein Delta Chart ein extrem hilfreiches Werkzeug, um Ende von Bewegungen zu erkennen. Darum, alle die Atters benutzen, schaut euch mal die Delta Charts an. 500er Einstellung für ein Delta ist ab US-Eröffnung sehr angenehm. Davor würde ich 250 bevorzugen, weil es einfach sonst zu lange dauert, bis wir eine neue Rotation haben. Habt ihr schon mal von 500er Delta Charts gehört? Lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Möchtet ihr mal, dass ich mal ein paar Live Trades mache und zeige, wie man den 500er Delta Chart benutzt? Möchtet ihr mehr Trading Setups sehen, wie man den 500er Delta Chart benutzen kann? Wie man damit Key Level rausfindet? Wenn ihr Interesse an sowas habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare und liked das Video. Dann gibt es mehr Videos zum Thema Delta Chart. Super. Was noch? Wenn ihr das Ganze mal live sehen wollt, kann ich das auch gerne mal auf Patreon machen. Schaut auf Patreon vorbei, das ist mein Live Trading Room. Dort können wir auch gerne mal Delta Charts traden, ist überhaupt kein Problem. Gibt es auch. Ansonsten, das RTS System ist online. Wer Interesse an RTS Systemhandel hat, mit Geld-Zurück-Garantie oder am Mountain Chart Trading System, schaut euch dazu auch mal meine Videos an. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Handelswoche. Ich starte jetzt in meinen Livestream. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.